Ich will diese Klaus, das letzte Mal, weil ich ein bisschen, erst ein klein bisschen in der Bibel, noch war ich gerne, denn nur weil ich doll an diese Einzelheiten nehmen und die unter Rot geben, weil ich nicht unbedingt in der Bibel kracht so fängt, aber weil ich ganz vertrie, was aus dem Wort Gottes stemmen hat. Und ich will Ihnen so ein paar Erfahrungen verteilen, was ich in meiner Früh gemerkt habe, in diesen letzten Jahren, wo wir mit euch geschaut haben, wo wir immer wahrer Klaus sein, was wichtig ist in dieser Gemeinschaft am euch leben. So, ich will Ihnen so eine Geschichte verteilen. Erstes dachte ich an, das erste Mal sei Kapitel 24 von Farge 40. Und das ist die Geschichte, wo Abraham sich nicht nachher schickt, eine Früh holen für sich zu sehen. Und ich will das immer lesen, und nicht, dass jeder den Krieg war Brücken, und wir sind so eng, wo wir großartig wertvoll sind, um zu denken, und weißt du, was die Jungs und mir alles, was das hier und da unten, ich will nicht von der und sagen, dass Jün Papa, wo die Jün in den Frauen da, Bolivianer, wo die Schecke für Jün eine Früh holen. Ich verstehe das nicht, dass wir alles zum anderen Ding zurücknehmen, was hier wertvoll sind. Das ist ein wahrer Wast, was Abraham dort dabei hat, hier sage ich den vierten Vers, da sprach er zu mir, der Herr, vor dem ich wahnle, wird seinen Engel mit dir senden und Gnade zu deiner Reise geben, dass du meinem Sohn ein Weib nimmst, von meiner Freundschaft und meines Vaters Hause. Als dann sollst du meines Eides quitt sein, wenn du zu meiner Freundschaft kommst. Geben sie dir sie nicht, so bist du meines Eides quitt. Also kam ich heute zum Brunnen und sprach, Herr Gott, meines Herr Abraham, hast du Gnade zu meiner Reise gegeben, auf der ich bin? Siehe, so stehe ich hier bei dem Wasserbrunnen, wenn nun eine Jungfrau herauskommt, zu schöpfen, und ich zu ihr spreche, gib mir ein wenig Wasser zu trinken aus diesem Kruch. Und sie wird sagen, trinke du, ich will deinen Kamälen auch schöpfen. Dies sei das Weib, das der Herr meines Herrn Sohn beschert hat. Ehe ich nun solche Worte ausgeredet hatte, in meinem Herzen, sehe, da kommt Rebekah heraus mit einem Kruch in ihrer Achsel und Jeit hinab zum Brunnen und Schäpf. Da sprach ich zu ihr, gib mir zu trinken. Und sie nahm eilend den Kruch von ihrer Achsel und sprach, trinke ich, und deine Kamäle will ich auch trinken. Also trank ich, und sie tränkte die Kamälen auch. Und ich fragte sie und sprach, was Tochter bist du? Sie antwortete, ich bin Beuthels Tochter des Sohnes Nahurs, dem ihm Milka geboren hat. Da legte ich einen Reif an ihre Stirn und Armringe an ihre Hände und neigte mich und betete den Herrn an und lobte dem Herrn, den Gott meines Herr Abraham, der mich den rechten Weg geführt hat, dass ich seinem Sohn die Tochter nehme, des Brüders meines Herr. Das ist eine interessante Geschichte, was das hier passiert ist. Ein paar Dinge, ich habe mich hier rausgeheben, von uns von dem, Abraham, sein Ziel, wie er sein Sein, soll nicht eine Frühe nehmen von den Kananiter. Und wenn wir denken, was er anhalt, wie die Jahre Zeit, von Abraham, er wird die Uitgeweide von Gott und er hat eine große Versprechung über sein Zomen zu vermeiden über die ganze Welt. Und hier sagt Abraham, wenn ich von den Kananiter eine Frühe nehmen, von meinen Sein, da kämpf an die Heidnische Zied. Und das ist ein Wettvolle Ding, was ich denke an, das erste Mal, als ich da lefere Älteren, wenn ich an diese Dinge denke, dass jeder, die allein hat, die beiden tun, dass er ein Connection kriegt mit den Volk Gottes. Ich weiß nicht, ob ich Fingekon in der Bibel da in den Sinn ist, weil Weltmenschen sich befreien. Ich glaube, dass Gott geplant hat für diese Welt, für alle Menschen. Aber wie Fingekon hier ein groter Wirt an das, weil wir verzeht die Kulturen, und nicht bloß die Kulturen, den einesgleichen Glaubens zu sein. Und dass wir da nur trachten, dass wir die Kinder die allein haben. Weißt du, das mag denen manchmal ein Älter, dass die Krakke die Eindeel daunen. Die wehren bloß. Die wollen ihre Kinder beschützen, die nicht befreien. Das partnern nicht. Das haben alle Tät. Und sie saßen alle wie die Plywood-Plot daunen, wenn wir zu nahen wollen, dass die nicht wollen sich befreien. Und hier fingen wir über, dass Abraham hier besorgt hat, und er kamen sich am Sinn sehen. Und da ist, wo ich in Voderschwellen mit dem Motto spreken. Dort in der Tät mit jener Junges Rotleben, andersherum, fährt sie, wo sind's. Fährt sie ungeknackt sind, verläuft sind. Reden mit ihnen, wort ihr würdet heroden. Und das wird Abraham daunen. Dann gehen wir um und sieben, der verhaftigst, der Farsch, hier ist noch wahrer, was sehr wertvoll ist. Dann sprachen sie, lass uns das Mädchen rufen und fragen, was es zu sagen hat. So, er könnte ein kort und sie verhaftigst, und sie verhaftigst, dann ist das passiert, wie er, dann geht das Knall nur diese Rebekah ihre Eltern, und er vertelt das, wort er wel. Und er vertelt das, Gottes Führung, wort wie in Borm ge passiert ist. Und er vertelt das, wer Abraham ist. Das wird all das dargenomen. Und diese Lieder, die sind die Reden, von allmacht Gottes, das ist ein Ding, woran wir nicht können gehen sein. Der hat Gott geplant. Und dann rufen sie dem Jal dahin und sagen, was sie sagt. So, er wird voll. Das vor, da sage ich nicht bloß, vorst, ja, nehmt ihr mit. No, er rupt dem Jal und fragt, was sagst du? Und sie riefen Rebekah und sprachen sie ihr, willst du mit diesem Mann ziehen? Sie antwortet, ja, ich will mit ihm. So wunderschön, wo die Tobeknecht ganz von Abraham, von Wied auf, wo das Knach wachgeschäckt wird, ganz, bei diesem Moment, wo diese Rebekah kann sagen, ja, ich will mit ihm. Da kann keiner werden, das Tobeknecht, das eine Kraft Gottes, was die Bende schaffen hat, das wir alle an sien wählen. Dann sagt es, also ließen sie Rebekah ihre Schwester ziehen mit ihrer Ami samt Abrahams Knecht und seinen Leuten. Und sie segneten Rebekah und sprachen zu ihr, du bist unsere Schwester, wachse in viel, tausend, mal tausend, und den Sami besitze die Ture den Feinde. Da wir als Älder so eine Sehnung als das mitgeben mit Anse Kinga. Und hier welle, kann ab helpen, wie sind manchmal hingen an der Sehnung. Wie sind manchmal so fast an Sehnger. Wir haben manchmal so viel Leib natürlich von Sehnger, dass wir verjetten den Sehn mit Gegeben. Warum rede ich von das? Wir fingen dass so viel mit Sehnger Träbel sind, die haben sich mit ihr wollt, muss losreden von dass sie sich bevrien können. Entweder die voater oder die Mutter, die werden rein ganz sein. Und diese dochter hat sich wollt mit den Jungen bevrien, oder will sich mit bevrien, die hat ein ganz hoher Jeinstand, entweder wie Papa oder Mama. Du hast nicht eigentlich gehört dort verschen. Und wir haben gehört, wo die Mama dann sagt die Dochter, was dort von Jung ist, was dort von schlechter Menschen ist. Kannst ihr sein, in dem Fohrer sind super? Kannst ihr sein, in den Graut vor sind super? Wo wirst du die mit das bevrien? Und da bliff wird der letzte Dach so? Und da steht ein Sein, ich richte nach Met, wenn du im Trouble bist, hast nicht einmal damit zu reden. Das macht sich selbst zu verreden. So das ist ein Ding, was wir beleben tun, was wir haben. Hübschen tunen. Weil wo fangen wir an mit dieser Sache? Wo machen wir riten befreien? Das war dann manchmal am docker und wir hängt das nur noch zu dieser Klaus fahren so. Wo fangen wir an wo hier wir ab? Ich kann sagen, wir von der Groot frisch anfangen. Aber die leben nicht mehr oder halb dort, mein Kind von dort vertellen. Oder wir mit wieder älter anfangen. Weil wenn die älter nicht haben, was do we dann? Ich kann es nicht plötzlich anfangen. Ich sage, wer ein Ziel mag, wo Gott wird gekonnt. Weil wir von da gehen, jeder soll, wo wir von dem sind, wenn wir uns wollen nennen, Leute, wo wir anfangen mit diesen Schützen. Wir haben den ersten Engel von dieser Klaus . Wir von diesen Schütz, was wir können wirklich kriegen, ein öppner Wort haben. Da ist mein Ziel davon. Und das sehen, was Rebecca schriegt, ich will hier nach so wieder lesen. Also mögt Rebecca sich reiden, mit diesem Jall taub, mit diesem Maun ab der Kameile mit vor. Und hier hat sich mein Schein Isak über kaum vom Borm, von dem Levia Borm. Und warte ihr da, sagt er da, beden über Merach. Woran bedt Isak da, war er in Seja fein het Bild. Hij wird gegründ auf die staap je in Ovend. Dann hofft er sein ogen ab, dann sagt er dort kommen die Kameilen. Weet je wat? Gott hat ein Plan für uns. Gott hat natürlich ein Plan für uns. So hat er jeslich auch seilisch und hier habe seine wo das puzzle post correct top. Hier wird noch Gott sehen, weil er noch gehandelt, da darf er nichts antwiblen. Weet was Rebecca hat hat er die hofft er ogen ab und sagt Isaac du dann stehe ich sie bosig von Kameilen rauf und sage sie dem Knach wer ist der mensch der was er kennt wo er ist? Was sagt die Knach das ist mein Haar. Das sei wo er ist. Was passiert mit Rebecca dann zeige ich an was das ist Isaac sei da ich der jesacht tun. Da ich all diese wonder was da passiert sind was die ganz klar hat alle hat ihn voll sehen mit die geeft und du hast all diese tekens von Gott und einmal wirklich chämst du bei die Person was du weißt Gott hat dich gestalt Gott sein plan ist geban wo schock feilen und ihn gesagt hat du dat nicht ich sehe hier wort von der jahres natur karek das jahres von der sind so ist meine jahres wie er dann ist der jung wie er so wie Rebecca du hast den Respekt so wir respektieren den Haar was sagt ich genau das ist mein Haar so Rebecca check das das ist ein Haar wort Gott von mir plant haft mit ein fauler Sehen von wem von der äldre von die Geschwister von Gott das wort Gott sein plan ist der ist mir wertvoll weißt ihr was das knacht hat der vertelt Isaak diese ganze Geschichte er hat Isaak mit Isaak er fährt seine schmack me jahre an Rebekah nicht an Rebekah an seine mom er hus na und was sagt er wieder und sie war sein weib und er gewann sie lieb also war Isaak getroist unter seine Mutter so das ist was passieren kann hier ist ein kleines Bild wir haben noch viele mehr Geschichte in der Bibel was diese Einheit rückbringend hat weil ich dachte ich würde in Court diese Geschichte verbringen ein seier wird fallen ein nächstes werde ich in Klienbet noch erste Korinther Kapitel 7 gehen das ist auch Klienbet dollar was Paul hat geschrieben im Nied Testament das macht von denken was Rebecca oder wir sind Poet von dem ganzen Gottes plan was er hoit wo wir von der und leben Abraham Isaac und Rebekah wie am Port davon dort wird die ganze Land von Gottes Plan von Jesus und uns von der und abgelehnt so so ist in dein Land so wer nicht an denken dass es nicht wird da noch achten hier ist Korinther Kapitel 7 Vers 45 meine Bibel sagt hier der rot von unseren Apostel von die die nicht befried sind und hier sagt es von den jungen Frauen aber habe ich kein gebot des Herrn ich sage aber meine Meinung als der ich barmherzigkeit erlangt habe von dem Herrn treu zu sein so Paulus ist hier so abrecht und sagt ich habe schon gebot wo ich wirklich von Gott habe das zu sein ob ich mich überzeugt sagt Paulus dort ich sie leif und mich verlangt diese barmherzigkeit zu vertellen worum wenn es auch Gott treu sein und dies vers schei mich von der uns ra gehen dass mich anker auch von der sind dinge zu vertellen wort wie manchen tun und was passiert in unser man in tun und nicht plus da und ganze welt dass ich will Gott treu sein in die warnungen und die leiden haben und diese Dinge was wir durch erforderungen gemerkt haben wie wir sein können dass es wichtig hat dass wir von jung an diese taube rettung für das geläckige wertvolle eigenleben tunen und ich sage immer Gott ist genug das so groß dass wir können an dem level wo wir sind das ist nicht bloß für jungen die nicht befried sind das ist von all be be wenn wir hier ding sein was uns mit ope hat wo wir nicht in dem lineage und die länge sind was Gott geplant hat für uns wir haben die geläckige an zu kommen das ist so wunderschein und weißt was wann wir all an verschiedenste düsternisse sind gewaast in welchen Jugend auch sein wann ihr vielleicht durch diese titel von der schuld ihr an hat an dem ihr lebt was ihr durch diese klasse mit einmal wollen machen das kann mich um eigentlich bringen die lehne hat es um die reeds zu gehen damit und das ist erscheint wie der letzte titel jesus sagt ich sie komme in verbrochen harten wirklich zu heulen zu verbingen und ich sie komme in licht zu geben so dort nicht angst war oh ja wann ich dort jünger gewisst so es fehlt sein und wenn ich die klasse machen die die von von der und dort nehmen in brocken dort und nehmt Gott seine Genude an und das kann los kommen davon hier sage ich das wieder so meine ich nun soll ich gut um der gegenwärtigen not willen es sei den Menschen gut also zu sehen so er sagt hier wenn du nicht befried ist das ist ganz okay und das ist noch ein denk wo ich mal mag da und man nicht wie von 16 jahren nicht befried werden und von 13 jahren nicht einen Partner haben dann ist der Bus vorbei und das ist nicht wahr so ein Druck wird und so die manche Jugend hat die Hauptsache ist eine Mial zu haben für Junges weil du nicht hast am besten mal so ein Rand weißt was das meint ein Schwein nicht noch vorder kriegt so veracht worden so nicht befried sind dort ist ein bisschen von der an maut ja Paulus sagt das befried ist kein muss dort ist nicht allein hat was die wir können haben und er würde uns wehrlich sporen für die Probleme was dort können kommen was sagt er wieder best du war eine Mial gebungen dann seht die nicht los zu worden so hier ist ein fein geheimnis wo wir all von reden wenn du wirklich fehlst dem hart dass du hast einen partner wo du gebungen bist wo du nicht los kost mir fällt mein ein beleven mit meine leive frühe wie wird wir werden befreien wir werden ganz klar wie hier taub aber wie heute wird wo die älder uns verwarnet wir werden turn an am frindschaf ich duid an juf als Abraham duid nicht ganz so nur wo duid die älder ans warn leiv sie wenst es so wir können gläckle ihr leben ha und was hier passiert und ich sage aber wie ich habe nicht meine Frau mir einmal die frage ob sie me will weil ich mir mal oft gesagt und sie haben wie ich mit top in roh und fote und seht wie wir ab hier die äldre warn uns da fern wie wir gott sind well und 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 wir mus wie der war top kommen und off sage wenn so wir top das rekt nicht ute him off sein und das schien so jiederts mal wenn wir off sage der wird wir fast top hier sagt Paulus wenn du und fru je bunge bas und mich ja die bunge bas dann seht nicht los to worden scheine farge seht nicht los to worden bas du los von fru dann bleib los sie jeloten never das is ach wenn du jäst und du hast kein drief kein gefeel im hort du hast ein hort von mir dann sie jeloten frei die die in krist krist sie dank vor dass du in krist 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 lebe do bin das ist eine freie wohl für die menschen er kam mit dem fahrer gesicht die sagt wo das steht im testament auch noch wir können uns befreien mit wem wie well solange es in dem harren passiert hat so sie geloten wird das sagt gott have sin wach and we mo so viel steht wo gott ist diese ihr schicht wie war excited die teht wat die kam lewe deel kommen in das wo is ak im je bed wie bin barm allein wofel moal hast du jong al bin barm je zet in je beet kon got die ding open born out am yalas hi jih klo want do diz gott a ser far on a koma down dat je blis sa you nie hon dat is van god zo die aber freist sind ich sie nicht und so eine jung vrouw freit sind ich sie nicht doch werden solche leppelige triebsal haben ich verschont die bei euch jern weet je wat in wel ich in aller zahe alle die befried sind die moit je dat die triebsal zahe sein dat zet gott te adem en ufa te ufa se dat du wirst met schmerzen kinder gebären en weet je wat dat is keine angst die hat ober wo die keine angst verhaas wenn die waren glückgeltig in diese dinge en go dat die diese triebsal nicht drehen wo dat wo mi viel angst af als die trieb soll wenn dat in gottes well is dat so gott ever kommen dat zahe Paul sporen vod de weidog en dat wat min verlangen is van die ogen ding te vertalen dat ik kan sporen vod wat so leicht passieren kan en wie ha anfangs klasse wat ervan je had besonder wanne wie en gebroknet fein get hoort ha en dat bild hat je war dat dit biespill dat wie wer wirklich an denken an wenn je denken an befreien dinkt an jyn tjärpa wat do jyn met him ha jyn tjärpa an god sin plan as dat do wo jy gleib wo got wat met jyn san dat next jyn soel as jyn soel op or ha jyn geschlot net an jyn brok net hoort ek wud jy da einem to roden wor am ik dat do as dat dat niet sa so dat dat los best dat brok ne anscheidung jyn los te maken van jyn geschlot net hoort en jyn hoort je op te maken van god en zijn en zijn wel en lot all die betterness en all die weid ogen beem kreeds liggen dit is me zeer wichtig ik heb me gewenst van wie ons elre op wat je den en die ding dat wie ons kien fair die zich befriend den en zo ook jeslich dat wie jeslich een connection zijn en deze log wat is en rebekah werden die had een connection met god die had een geloof en got ze werden van dat got is falsch en ze jingen die stoppen no en dat wie deze ding klorm maken don ne ver we bloß nemen en fangen an to daten to spazieren wie had zonder beleefde kan nog een eers vertellen we kunnen ook wel verworren wo de teufel schoft in de ganze familie door weet een paar wat zich bevried wie een paar lied de dochter van deze lied die bevried zich met een jong en andere jong en zij wie ook ver en bevrie andere je waast en dan ze is bevriezend dan is de jong zo barterlijk ze ertijs dat zij zich fern bevrie verleefd en heeft hem dat niet gezegd heeft zich niet opgemerkt dat is wat we lot dan wel een time van haar en dan ze hij de een jah waar ik wouw bij die blieven als wouw die jengere zes da wouw her holen en dat die blieven anders niet deze oma vrouw praag het een verjebd ze wel dat niet wouw schreef zich dat het een jah wouw ze lot er zes daar aan to hem verarschoppen en dat is wat dan na pas het die staart uit de schericht en raan de kornfleck na maar dat man hing er on en jrept daar en holt dat en en zene vrouw die licht naar ondersteun en roe te bluit en zes roe bed des est dat is wat passiert man man niet en wij kunnen vertellen deze arme me al 15 jaar die moet dat beleven en die is zo gebroken en en angst die wacht zich dat niet te zijn schlossig die wordt schwager die at niet die het niet spitzeren die bleef tussen roet en de mama frage wat as die en die saag niet die tre monat zijn al bim narve dokter hij was je brok al narve paal no maar een moet cham ze ruiten ze wat je passiert is nam wat de food aan wat we in ons hem ha en de word zo wat wat aan familie passie het is om me al up lifting het ze me de teufel is niet door hij hij dat alles wat hij kan dat niet alles dat man wat dat die had nu de preju schon becaut dat na seine weg uitgesloten en kanto waren hüs no schwe alle lachen schaft die is all ok Das ist was passiert, das ist was die Teufel Das ist was passiert, das ist was die Teufel Das lebe ich in Karak so wieder Wenn sie 51 Jahre befriedet werden Dann hat sie dich in die Office Da kommt das alle über die Weit ich was ich Ihnen will vertellen Jesus ist so genetig Das ist was ich will sagen Wann wir haben das Ding erlebt Aber das ist eine große Genut Dass wir keine frei werden Da wir reden von diesem Ding Wir machen das Ich habe das nicht gewusst Was alle wir Und versteht mich nicht, dass das alle weh ist Wir haben das sehr viel Goude heimen Aber es ist neidig Dass wir anfangen Mit klarer zu machen Das Ding Dass unsere Menschheit Weit wo das hin geht Wo die Teufel hin will Mit das alle taub Klien beträgt noch äldre für das Ich will Sie verantwortlich machen Und auch ich will Sie verantwortlich machen Was Sie befrieden wollen Dass Sie wirklich Ihre Schlottenhorte aufmerken Dass Sie hier ein Bitten Bild waren Was Sie erklären wollen Dass Sie viel leben Und Sie wirklich glauben So viele Menschen In unsere jungen Jahren Wie gehen wir uns hier viele noch Correct? So müssen wir uns befrieden Wie gehen wir von uns Fleisch und das Eck in unsere Natur Doe noch da wir Entscheidungen machen Weil wir uns Gloven haben gesagt Und nehmen wir, was die Bibel gesagt hat Und was Gott geplant hat für uns Na nur dem Gloven Entscheidungen machen Und das soll ich Ihnen äldre Well sagen Halbt Ihnen die Kinder An diesen Gloven To wissen, dass Sie ihre Entscheidungen machen Und ihr Gloven Und dann steht noch Ihre vielen Wann Ihre viele zu hoch waren gingen Dann waren Sie da noch Entscheidungen mehr Und wenn wir uns hoort waren Opa für die Kinder Für die Jugend Dann können Sie, Sie hoort aufmerken Und zu uns Und ich sage Wir brauchen eine moralische Erziehung Wo wir platzen unsere Kinder Wenn sie leben Platzen Ich sage manchmal Uns Buch ist hoch Geschreven Was wir die meisten von uns brauchen Von der Odoval platzen Aber wenn wir die Engelsche Erklärung Nehmen davon An Sexleben Das moralische Leben Du hast das Dollar Correct beschrieben So ist das Wir haben hier viel So eine Wird Was wir gleich ganz nah Weiten Was er meint 1. Korinther Kapitel 7 Die erste Vers Saget die Mann Die soll seine Frau Eine Schuldige Freundschaft geben Na, was meint das Freundlich chicken Wenn ich wirklich Nein studiere Und das Wort Das anhören Das, dass es sich um Sexleben handelt Die versteht nicht Was das meint Und uns fehlt Und uns fehlt es Dass wir die Erklärungen Doe leiden Und dass die Weitere Was das anhören Und was das anhören Das waren Die rein Bleiben Doe an Wir als Äldre Sind verantwortlich Diesen Ungerechte Jewe Denen Reit Zu merken Ich sei Zu der Vodasch Die sind verantwortlich In der Sehns Zu erklären Was Sex Ist Das Das sind Poet Von den Eiche Leben Was Gott Geplant Hat Für so ein Schein Ding Und Das Wie Wirklich Diese Erklärungen Den Jewe Denen Verständ Der Ungerecht Geben Dass sie Weitern Wat sie Sind Und Besonders Ert Loos Halpen Vandoor Wo sie Jebungen Sind Wie Moet Je Dat Er sind Veelmal Ein Eiger Lied Doe Hade Junges Die Mana Die Zand Immer Noch In Ere Oule Selbst Befriedung Selbst Zucht Benne En Het Amoralische Leben Dan Zei Ze Me Wo Fingst Die Schrift Dat Arre Has Ich Frag Me Wur Am Des Dat Oder Wur Am Best Blitz Met Dat Wann Das Nicht Arre Has Na Ich Weit NICHT An I Wissen Was Arre Wir Na Beste Ob Mat Dine Früh In Dese Ding Sind Die Verbungen Gott Sein Plan Wird An Se Arre Man Ein Vermaken Deiden Se Sao Se Werde Nörd Dich Se Schem De Se Nicht Wurst Wurst Du Wann Du Ein Fleisch Bess Mat Din Ma Nörd In Früh Dann Est Du Nicht Schämen Wurde Schämst Die Wurde Am Des Sond Wurde Mat Dese Sex Wale Ding To Doan Haft Wurde Die Mert Schämen Oh Du Hat Niemals So Ne Gese Gese Wurde Am Est Dich Erklärt Ach Aus Vorder Hat Gede Und Ich Mert Bechan Wurde Milder Fäge Hole Haft In Miene Junge Jör An Z Jungs Ab Boss Und Wurde Beans Nicht Pesseren Dat Ich Erkläre Was Wurde Bia Und Ich Mert Beschämt Tausch Tun An Z Jüngste Jungen Die Sag Mert Einmal Du Hast Mert Niemals Erklärt Ich Rutscht Mest Hop Wurst All Ding Wo Ich Seine Welt Bin Junge Hei Toch Geloten Ewa Geloten Tot Dei Mie Woi So Das Nicht Blöss Da Jüngste Da Die Familie So Schein Sein Brauder Mien Ein Sein Hat Am Dat All Erklärt Ob Er Wann Du Aber Du Wär Mie Wurde Sagt Die Das Jörg Nicht Ich Wurde Sagt Hey Jörg Ich Kann Sie Jungs rein Ola Was Sam How Wier 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 Bleven So Ich Weit Wie Brokken Ab Te Weit Wurde Wurde Wier Bleven Ich Weit Nicht Wie Jön Das Jett Wurde Mie Haft Het Am An Abgo Geschenen An Se Junge Tis Ding Te Erklären Wann Ich Wiss Nicht Wann 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 so an, sie singen, die waren von großen Jungs. Und ihr lebt, ich weiß nur die Jungs, ich dachte so, Lied, sind sie nicht klicken, wo ihr Jungs nicht betreut Lied als das? Das ist echt feil. Aber werf ihr eigentlich? Warum war ich nicht? Und hier will ich uns abbecken, dass wir diese Dinge auf ein Heiliger Waage nach Gott sind Plan, an sie singen, mitgeven zu tun, an, dass wir diese Jamalje eigen levens. Diese Geschichte wird von diesem oberen Frühviertal, dort entsteht, von dort wir nicht reden, wo wir reden sollen. Dort wir nicht zu diesem Heim däunen, wort Gott uns abgeleicht hat. Wir sollen unsere Kinder erziehen in der Zucht und Ermahnung zum Herrn. Diese Erziehung, ich sage manchmal, das wird schön sein, wenn wir in der Bibel mehr gestanden, ob wir noch bei der Bedeutung, wenn wir die Bedeutung nehmen, leben, wo er sein will, dann passiert das auch. Dann sei wie dort, dann leert er ja erstens, was wir da noch haben. Vor das doch dort. Ich gehe manchmal rot, wenn du bleibst, zu dir sehen, zu reden, vor da. Dann schrieg ich mal ein Schmackenbreif ab. Dann hast du Tiet, und dann, wenn ich die Bibel und lese, was du sagst, schrieg ich ein feiner, kurzer, wertvoller Breif für den Jungen ab. Erklär ihm das, was Gott das Plan ist, für ein Scherper, für ein Manns Scherper, für ein Frühscherper. Dann ja, von dem Breif, dass er ihn lezen kann, schrieg er an, ich gues ihn vor, dass er dich so gut ist, dass er dich auf dem Heiligen Weg war, weil er das erklärt hat. Hast du irgendeine Frau? Dann du mir Frauen. Und wenn nicht, ich gues ihn weg, wie die Frauen, was du denkst von dem Breif? Dann hast du einen feinen Anfang gemerkt. Und dem Breif, den Sehen geben, dann lasst ihn dem lesen. Dann kann er vor Frauen kommen. Na, wenn er die Frauen hat, dann vermaunt wird. Wenn nicht, dann nehmen wir ein Poort. Vor dem Amn, sei du bist mein Sehen, ich lief die. Und weißt du, was du kannst tunen? Und da will ich den trott geben. Wenn du wirst von dir selbst reden von dem Jungen, du hast von Amn, das wird op dachen. Wenn du dem Jungen wirst sagen, weißt was, ich will mal so jung was du nie bist und ich habe so das Selbstbefriedigung. Da wird ich voll spüren. Und ich habe angesehen, dass ich loskomme, wenn mit die seien, dass du nicht durch und da ankommst, wo ich bin. Dann du ihm das persönlich erklär und wo das ist, wo das von ihr viel habt, wo die Teuf und die Gedanken und lassen entführen. Das erklär ihm dort. Frage ihm, stemmt die dort? Kostet die Pfeile dort? Dann wird er horchen, dann wird er abgehauen. Wenn die das war stöhnen, auf dem Bauch, dann wird der Teufel becken. Der wird so er versägen, dann wird er becken in den Heim. So sit mit den Mames, kräg so mit der Dachter. Er klärt den, wo er ist. Und ich sage manchmal, da sind so viele Mames, die erklären, die dachten, ja, jemand abpassen für die Jungs, die begonnen sind. Die rennen nicht drüber, die sind verreckt. Das ist was viele Mames tun. Aber ich sage, du auch noch diese anderen erklären, weißt du was, hult ihn rein, du sind sicher nach Jungs, die so weit fallen sind. Du sind noch viel hole tun vor den dag wo sie befried sind. Und dacht sie auch, dass Gott jint wird würdig machen, so ein Junge zu trinken. Wenn sie das sexleben als so ein wertvolles geschenk geft ihn den ungericht. Er erklärt er von ihren reellen an Brot joh. Er hat die die man hat trinken, erklärt er dass das ein wertvolle ding, dass eine reinigung von den Charpe hat geplant hat. Er macht die ruid als eine wertvolle vrouw. Das ist ein schenk was Gott uns geeft und hat den Charpe so gemelt. Und so wunderschein das ist. Er macht die ruid für das. Sie Gott dankbar wenn das kriegst war nicht dann bist du nicht eine frü dann bist du nicht eine vier die frü ist dankbar für das. Wir fangen so viel ein wo wir von diese dingen reden und die frühe feile ist ein verschwinde die tjaar bosch. Wo kommt das her? Das ist nicht die Erziehung. Wie als älger hat es abgehoff diesen knäckst zu machen. Vielleicht haben wir gott preisend auf er wird so dink was wir brücken zu donen. Älger mag jene tjaar verantwortlich natürlich wann jungen sich befrie weil halb die die weite wo sie mit jeld verwalten matten dort wann sie befried sind dass sie am wach sind und jungen die klar hat die tjaar nehm vro feiden dort nicht befried mag klar dass die weisheit haben mit jeld an zu gön dass die schaufen last hat am schaufen last hat verwärts zu merken last hat die welt ungerund zu merken dort jie war die jeld verwalten kontrolen jie war dort kontrolen und steht dort jund wird kontrolen dort ist natürlich dort andere denk dort wie älder und se kling erklären und wo sie körperlich chäne top eint worden und besonders dort sie fern befrieden das sex port auf dem schelf lägeloten die reinheit ist sehr nötig zu erklären nicht seien nicht bloß hier so und so hier hat küsse all die ding die war leck nicht fair seien dort war leck june äldre in june selts evaloten wat die helde jes june leiden det dort die do an der reich den schädungen merken ob ein ding wel küsse dort nicht einmal jongens nicht einmal wenn jemand im jemal top seine so er antworten oder so er küsse dort er das sechste viel hevend hat wenn du dort ist dort wo die schützt weibreit dort weet june jones mich alles verlangt ein liebes schütz die verlangt dass sie sie können ganz je lote bei die dich be te setten ganz je trost du wirst auch ganz beschützen da hat nichts so passieren was wie befried sind wenn du dort wirst däunen dann haft dem jahr in verlangen bied die leben und dort ist was die verbinden hat das ist wichtig dass wir das erklären dort die älter erklären wo das wenn wir bloß die gesatze merken na wie we we was ein gesatze hat dort sind kinder so ist dort wenn wir seid die saß nicht im stollen ab krippe dann muss ich krippe das krippe däunen so ist jahr vor in jahr morgen früh ich mag manchmal eine geschicht verteilen dass wir das verstehen können die man ist verstaut in früh rein immer die Kinder alle sagen was sie nicht tun wenn sie weit fahren wenn sie in sie das tun und ich weiß nicht was ich in frühe noch so viel gesatze mit ich sage mal das du däunen wenn du nicht gesagt hat so würden sie doch nicht tun aber wenn du sagst sie nicht selten dann tun sie dort schluss ich an wot sich einig he wot muss sie in frühe proben dann sagt er weitz wot ich wot noch ein ding sein wot du nicht so don du hast du war am hund gered ja du weitz weitz das wir tun um an zu ching haben wir die all diese dinge sei du hast das nicht tun we we at dem grund leeren wort hat das nicht plus die saad sind mehr wor hat bringen na ein ding wo ich te roden in Jugend wo immer die sind die lobe je sind die hat eis der eng von dieser klasse hat die 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 los waren das meint wenn die 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 brugt die äldre god hat die die je 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 gode mal gons je lot en frage mu papa oder mama wenn je will frage dit mal uit frage mal wann du de dochter bist frage mal die papa wo gleicht du are what dat mom die dat is schaft dich bes frage din papa mal uit en zo am gedreht jonge frage mal din mom uit wo gleicht du papa dat papa ma die to beden vergeschlupken gun en weet je is nuscht mat arach wan die spott en befriere sind dan doot dreck papa frauen wo ha jie in sex leben as jen dat weet vall wat ha jie van rood vorn wie ons befrieren wail dat is der reichte steht wo jie chan go na frauen doa as wo jie den grond van god sin wail en fing doon wat veil pas het is we gonne nu an se andre frinnen frauen wat gliefst du van dat wat jie er vorn ha vroeg me jonge vroeg me papa en my alles vroeg me mama die word jie herkler op a waara ma die tou stoon wanne mama en papa en saan kendo wat kost ruts die die op god zin plan as dat wie ons elder do zend van de jugend dat wie den dat halpen met dat dat ving we leere maana leven wat meint dat ha dat meint blos nix hanker no dat is veel duipa en weird ben ek freud me ma mina frue klasse jieven dat 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 me so weird vol ek lebe dat de frue is er abgo dat die leere de maana te leiben en wanne die ding wanne die dacht spizieren het halb die wat zij kondonen wat zij kondonen er man er frend respekten en zich bedreuen so dat zij dem nicht wat en lust ne brengen a wat van waar jien kan bedreisen a wat van waar jien kan abnehmen wat het baas des te doen so die andere sieht dat die vorderst de jongens erklären doen wat zij selle dem jales beshitzen wat ze spizieren met best god vroeg van de kemp en vragen vroeg best god ha wat is die vroeg wat vroeg 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 dass du wasser hast. Wo gehst du an Frieden zu wollen? Darfst du bezeichnen? Oder wo gehst du dort? Glaubst du an Jesus, dass du dort die Sünde betont hast? Oder musst du immer bezeichnen? Das sind all die Dinge, die wir in China wirklich kennenlernen. Hast du sich über die teuflische Last im Sex? Oder hast du dir Gedanken nach Troublemat? Dass du diese Dinge klar hast, wie es endet auf dem Weg, wo Gott uns will haben? Mach das klar. Und ich sage mal, die Vorderspare, wenn du ein Junge kämpfst und deine Dachterfrauen, nehmt dem rät so sein Sehen. Verhäust bezieht mit der Dachter. Wenn die Dachterfrauen phone ihn ab, sag ihm, ha, ich freu mich, ich habe hier die Freude und meine Dachter. Glaubst du, unsere Dachter, es wird für dich? Kann ich mit dir spazieren? Wirst du gleich mit mir, mal um Resson fahren, mal Anker sehten, dann werden wir mal zur Oberstolseite spazieren. Ab in eurer bitte schon wahr, ich aus Vorderkost die Sonne, Jung, was deine Dachter gleicht, was er Gottes Führung auf Knäckchen gemerkt, vor mir dem Töberit frag, und wer best du? Von wo kommst du? Wann hast du beteilt? Wann hast du beleivt? Wann hast du klare, dass du meine Dachter gleicht? Hast du eine Erfahrung mit Gott, dass du klar war, dass du dich von dir fragst? Möchtest du klar, dass du deine Dachter wirst ab Lebenszeit ein Freund haben? Bist du aus Vorderkost besorgt, deine Dachter, was so eine leuwe, wertvolle Dachter aus dem Himmel so viel gebet hat für dich aus Vorderkost, der hat die umgeführt, die sagt, Papa, ich lege diese Sähe. Ich wünsche, ich kriege so Mönes, was du besorgt, was vom Mönchengereicht. Kannst du ihnen anlöten, wie viel Wirt das wird sein, wenn so ein Sein aus Rebekah erfordert hat, deine Dachter kann sie mitgeben? Das ist ein Ding, was Gott alle aufgemacht hat von uns. Wir können das hier beleben. Ein wahrer das Biespelmache von Jesus in der Gemeinde. Die Gemeinschaft, wie die Spiele hier hat, ich habe es ein, so ist mir alles Papa spielen, so spielen wir hier Himmel an uns eigen leben. Nee, wir spielen nicht bloß, Dachts Vorher an Gottes Plan. Aber wir können dieses Ding tun. dann wirklich dem Jungen ganz frei freuen. Wo fühlst du, wann du meine Dochter warst, hast du klar hätte, aber das ist ein Schutz von Gott, was meine Dochter verlangt. Ich habe meine Ehre-Levestid versucht, er ein Schutz zu geben, wo er sein Mann beschützt fühlt. Ich habe sie erfordert. Hast du nicht die, die du kannst tun, meine Dochter, dass die Schutz wird geben. zu übergeben? Mach ihm das deutlich. Und weißt fort, meine Liebe dachte, ich möchte es so sein, ich wünsche mich, sie können es eine reine Jungfrau, die übergeben den Tag, und die ihn befrieden. Wollt du wirklich sein, diesen Schutz zu in den Städten, die befrieden sind, dass du den wirklich in Gottes sein kostet riehen? Frau dort. Ganz open mit der Sache. Dann wurde die vielleicht Frau in den Wort mein Sohn. Wo das ist ein Schutz? Erklär ihm das. Du weißt nicht, was die Jungfrau der Älder hat. Vielleicht hat das ein Foto aus meiner Sehen hat, was nicht wird er kommen zu erklären. Dann weißt du das. Wollt dein Ding klar sind. Dann sei ihm, weißt was, wenn du mit dem Matthäus er gebt die Gottes Sehen mit die Kost mit meiner Tochter spazieren. Und wir werden beiden verjüngt. Dort der himmlische Vorher jüngt wird beschützen und spazieren. Dort jüngt wirklich priefen, als sie eines Sönnen sind, als sie eines Glaubens sind. Und wenn sie dort wirklich sind, wenn die Dacht haben die befreien wollen, dann will ich meine Tochter an arms nehmen und die übergeben und dann ist die verantwortlich für dich. Und ich will die Gottes sagen mit ihm. Weet ihr, wenn wir diese Dinge tunen, was dann passiert? Dann würde gehen anders ran. Und das ist mein großes verlangen. Almost zu an coron es inspections verd retire werden sch ver physician Vielen Dank.